Ja, dann wären wir wieder zurück, weil die Wolots von New York und nach einem kurzen Flieger ist unser Gruppenleiter Dark auch wieder da und wir stehen jetzt vor dem Vorwärtsraum und ja, können weitermachen. Das ist gut. Willkommen zurück da. Aua, Aua, Aua. Ich glaube, er ist ein bisschen salty. Hat er gerade den Flieger gemacht. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne, grüß mir den Mond. Dein Leben, was kann so schönes geben. Hab den Text vergessen, sorry. So haben wir auch. Hallo Offizier. Ey, da kommt es mal frei, will ich mal hier hin. Musst du ihr jetzt was unbedingt geben, dann tu es jetzt. Also jetzt noch nicht. Kommt drauf an, was das Safehouse nachher sagt. Darf ich ihr jetzt was geben oder nicht? Mach doch. Gut, mach ich jetzt. Perfekt. Nicht, dass wir gestern wie gestern fünf Stunden waren. Verbrauch schneller, du Schwein. Verbrauch schneller, du Sack. Nur noch sechs. Nur noch neun. Ah ne, sechs. Mein Gott. Das war so witzig. Okay, so. Das, 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 das. Und schrotten. Haben wir wieder ein bisschen Material. Das ist immer ganz gut. So. Wo war denn hier die Muni-Kist? Achso. Du kannst mit dem Ding umgehen. Ja, das hört sich doch gut an, dass du mit dem Ding umgehen kannst. Ich hinterfrage jetzt nicht, welches Ding sie meint, oder? Wir haben alle erwischt. Oh, okay. Ach, hier geht's noch höher. Hä? Okay. Wusste ich gar nicht. Ach doch, wusste ich wohl. Hier war ich schon. Hö. Voll fast nicht. Hier ist nichts. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Ja, dann hat es sich erledigt. Gut, tschüss. So, Herr Gruppenanführer. Wie geht's jetzt, wie geht's jetzt weiter? Ah, das ist die Munitionskiste, die ich nicht öffnen kann. Hast du das schon mal gehabt? Ja. Die müsste eigentlich, egal. Das ist, äh, ja. So. True Bridge, oder was? Ja. Alles klar. True Bridge. Ach, wir sind ja schon am Rand der Zeit, äh, da oben. So, dann markieren wir das mal. Ist er das? Gehen Sie zur Siedlung und schauen Sie sich um. Wir sind hier auf der Spur. Alles klar. Jawohl, Mama. Das ist, äh, go. Witt gemacht. Aye, aye. Das Munitionsgesetz. Ich kann nur noch dran gehen. Ja. Das ist so, das... Das ist so komisch. Das ist so weird. Da läuft der. Noch eine Munitionskiste. Sag mal, wie viele Munitionskisten sind denn hier? Keiner, irgendwie. Hier rechts ist Loot. 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 Karten. Da hinten ist auch noch ein Loot. Hier ist eine Propaganda. Tragbares Gerät. Äh, wolltest du die mitnehmen? Oh, hier ist ein tragbares Gerät. Äh, ja. Frage ist noch wo. Gefunden. Ach, da. Iconlet. Kine? Du lebst noch? Dank deinem Geschütz. Bis sich die TLCS einmal gegen uns stellt. Hä? Die Schwachen treffen immer schlechte Entscheidungen, wenn sie Angst haben. Nicht hierbei. Du kommst mit dem Territorium. Ich kümmere mich da. Es ist noch nicht zu schnell. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Ja. Die kontaminierung wird vernehmend. Hä? Ready? Okay. Wee! Wir möchten daran erinnert, dass wir dies für das Einbereich tun tun. Ist das eigentlich nur immer ladig? Aber nur bis wir alles dekontaminiert haben und etwas Neues aufbauen können. Oh, okay. 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 Jede unangemeldete Kontaminierung wird vernichtet. Hey, hau rein. Ja, steigen, Alter, ey. Ach, die kommt von da. Ja. Holst du den Schlüssel? Ich hole den Schlüssel. Zugangsschlüssel entdeckt. Vorgang angehalten. Manuelle Kontrolle erforderlich. Zugang fortgesetzt. Halt an. Sich näher der Feinde erkannt. Die Kontrolle erforderlich. Hinten ist safe. Ja. Hier kommt einer hoch gleich. Okay, war ne Lüge, er ist tot. Zugangsschlüssel entdeckt. Zugangsschlüssel entdeckt. Zugangsschlüssel entdeckt. Territoriumskontrolle. Komm, welche? Pass auf, da. Ja. Oh. Alter. Fuck. Auf den Schlüssel. Perfekt. Der ist da vorne, okay. Ja, hab ihn. Sauber. Mal gucken, was hier so im Haus drinne ist. I don't know. Wir schießen erst und stellen dann Fragen. Mal gucken. Hä? Hä, was denn? Ist so. Äh, was? Hä, was denn das für ein Haus? Ja, okay. Okay. Da komm ich nicht durch. Oder weiter, wie auch immer. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ist irgendwo... Es ist gerade so dunkel, das finde ich kacke. Alter, das Licht, das blendet aber ein auch. Junge. Oh, verstehe ich gerade? Ist das richtig? Ja, 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 ja. Oh mein, kurz mein Scharfschützengewehr, ey. Ich seh nämlich nichts, ich muss mal ein bisschen näher. So, was ist das denn? Na, das kann weg, das auch. Tschüss. So, dann kurz nochmal wechseln hier. Gucken, wo war das denn hier? Oh, ich seh nix. Wo ist das so? Ne, das war doch nicht, oder? War das? Ne. Oder auch nicht. Gut, hat mich vertan. Ich dachte, das wär die Stelle, aber nein, ist sie doch nicht. Nein, du sollst nicht da hoch, Mann. Du sollst da rüber jetzt. Also meinetwegen können wir weiter da rein. Äh, stopp mal. Hier, dein Werkzeugkistchen. Hast du es gesehen? Ja, okay. Oh, Dark, guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja. Guck mal. Habe Loot gefunden. Habe Loot gefunden. Denn Loot tut gut. Habe ich mal gehört. Äh, durchgeführte Reparaturen, Amory. Nein, dann nehmen wir doch lieber das. Das ist 34, ja. Setzen wir das mal an. Passt schon. Okay. Okay. Äh, was haben wir hier noch? Ist da hinten noch irgendwas? Äh, sehe ich jetzt nicht so wirklich. Nur ging es hier noch hoch. Da, 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 da. Oh, Dark, hier sind Sachen. Ja, warte mal. Ganz hier viele dünne Sachen, die das Leben schöner machen. Da ist voll treu. Schon wieder ein scheiß Gewehr. Echt kein Gewehr, Mann. Gib mir doch mal irgendwie ein Sturmgewehr oder so. Nein, nein. Maschinen ist doch eher so. Äh, 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 äh. Ja, okay. Vergiss das einfach. Uiihihi. Uiihihi. So. Ich warte hier unten auf sie. Ich. Ja, ich hab da oben noch was zum Looten gefunden. Hm? Du hast ja ne Kiste noch nicht geöffnet. Ja, okay. Egal. Tut jetzt nicht weh. Davon renne ich jetzt nicht noch mal zurück. Okay. Aber woher müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Mein Marker sagt hier gar nichts mehr an irgendwie. Äh, warte mal eben. Mein Headset hat sich verheddert. Ja, ja. Warte. Wir sollen zur Siedlung gehen. Wir sind hier auf der Spur. Okay. Alles klar. Bin wieder da. Ja. Hast du schon wieder wickel, wickel gemacht? Wickel, 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 wickel. Boah, ist das ein Sauwetter hier, ey. Warte, ich seh nix. Ey, ich seh nicht mal Loot. Ähm. Ähm. Hä? Hä? Wär noch nicht weg. Okay. Alles klar. Lalalalala. Alter, ist das hier am Schiffen, Digga. Juuuuge. Hör mal, ich will mich irgendwo unterstellen und nicht die ganze Zeit hier rumlaufen. Du läufst eigentlich in die falsche Richtung. Oh. Und hier ist ein elektronisches Gerät. Äh. Ja, da vorne. Stimmt. Fragbares. Okay. Mauer. Laut TPS müssen wir nämlich da lang. Äh. Na nicht. Dann gehen wir da lang. Uhuhuut. Oh. Oh. Waschmaschinen-Salon. Cool. Hast du auch dreckig gefächelt zu frisch. So, Arbeitsklamotten oder so vielleicht. Oh, oh, oh. Ach, das ist ein Safehaus. Äh. Hi. Guten Tag. Mal auf. Mein Funkspruch läuft jetzt erst ab, ne? Schönen wir, ob wir den Anführer finden können. Mein Funkspruch läuft jetzt erst. Sicherer Bereich betreten. Halt. 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 Hab gehört, Sie brauchen Infos über die Cleaners? Kürzlich wurde ein JTF Außenposten bei einer Notunterkunft in der Nähe angegriffen. Wenn Sie auf der Suche nach Cleaners sind, stehen die Chancen. Wir müssen zu dieser Notunterkunft. Das ist unsere beste Spur zu Conlay. Die Cleaners wollen, dass alles steril ist. Die Chancen stehen gut, dass sie noch hier sind. Gut. Ja, mein Funkspruch ist dann auch eigentlich mal fertig. Jetzt gehen wir mal kurz in die Karte. Two Bridges. Die Cleaners haben einen der letzten JTF-Posten ausgelöscht. Alle tot. Gibt es Berichte von einer Infektion? Ich dachte nur darum geht's ihnen. Jetzt da Conlay und Kina im Spiel sind, kann es sein, dass sie die Cleaners manipuliert haben. Wer weiß, wo sie die Cleaners als nächstes hinschicken. Sie haben recht. Wir müssen das untersuchen und nach Spuren von Conlay Ausschau halten. Geil. Ich durfte das Ding hier aufmachen. Wie geil ist das? Ich... 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 Toll. Ja, ich guck gerade hier was, Pistolen, Pistolenschaden, das ist doch wieder so weit, ey. Okay, so, ähm, wieso zeigt der mir hier nie diesen doofen Computer an, oder muss ich hier gar nicht, musstest du hier gerade einen Computer irgendwie, meinst du ein Laufwerk? Ja, ja. Nee, das hat er bei mir nicht angezeigt. Okay, gut. Ich suche mich hier schon wieder dumm und dusselig, das Ding an. Oh, hi, Funkenspruch. Okay. Das war schon? Okay. Fertig? Ja, 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 ich bin fertig. Äh, laut GPS da lang? Ja, ich hab nur was geguckt. Ach so. Ja. Da steht da vor, als hätte er noch nie eine Industriewaschmaschine gesehen. Ich wollte Dings, ich wollte Wäsche waschen. Okay. Ich zweifel, ob die Dinger noch laufen werden. Ich mein, du kannst es gerne ausprobieren. Warte mal! Ich häng hier fest! Hä? Okay, da kommt man doch nicht hoch. Ich dachte, da kommt man hoch. Tragbares elektronisches Gerät erkannt Tragbares elektronisches Gerät erkannt Tragbares elektronisches Gerät erkannt Alter Tragbares elektronisches Gerät erkannt 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 Tragbares elektronischen Gerät erkannt Tragbares elektronischen Gerät erkannt Hehehe Das ist schrecklich. Vielleicht alles zu erwarten, Herr Kinas. Durchsuchen Sie das Gebäude nach Conley. Sie ist unser Hauptziel. Machen wir. Gegen ihre Schlussfunktionen alle abgefangen. Cool, cool, cool. Conley ist nach hier. Gehen Sie sofort auf das Dach, Agent. Machen wir gleich. Moment, jetzt muss man hier nicht her. Nö, sehe ich nicht so. Ganz und gar nicht, sehe ich das nicht so. Wie, Alter, so slow motion läuft, Alter. Dach hat heute nicht wirklich Lust oder so. Nein, ich bin müde. Also, komischerweise... Ähm... Ich habe ja gesagt, meine... Äh... Ich habe momentan... Echt... Eine saumäßige Konzentration. Oh, alles gut. Ich muss mir mal eben kurz ein Zigarettchen anmachen. Moment. Mach das, mach das. Ein Zigarettchen in Ehren darf niemand... Kann niemand verwehren. Ich glaube, ich trinke mir jetzt gleich noch ein Energy. Vielleicht hilft das dann. Was denkst du, was ich hier mache, ey? So, ich muss mal eben kurz, äh... Zerlegen... Ja, mach das. Dann tut du dies. Also, ich entschuldige mich schon mal von voraus, äh, für die Leute, die halt, äh, äh, sehen und denken, was macht ihr da für einen Scheiß? Äh, wo ich halt, äh, durch die Gegend gelaufen bin, ohne Plan. Ja, ich versuche mich jetzt ein bisschen mehr zu konzentrieren. Damit das halt auch alles gut verstanden geht. Wir sind ja nicht umsonst in einem Team und zu zweit. Ja, wäre ich alleine, würde ich wahrscheinlich die Aufnahme... Da würde ich wahrscheinlich einpennen und die Aufnahme dann halt, äh, durchknacken. Genau, wenn er da gleich irgendwo pennen sollte, ich werde ihn versuchen, seinen Arsch zu retten und ihn zu retten. Kein Problem, dafür bin ich da. Glaube mir. Ich bomm mal dir alles. Ich schmeiß alles, was ich kann und ha... Oh, Hallöchen. Schönes Ding. Okay. Okay. Tragbares Gerät erkannt. Ja, das dattest du vorhin schon mal. Isaac. Ich sehe hier in diesem... Alles leuchtet. Ah, ich brenne. Geil. Oh, dark. This girl is on fire. Ja, aber sowas von. Guck mal, das hat er gelootet, ne? Aber hier, die kleine Tasche hier wieder. Ah, hier. Ja, ja, die kleine Tasche ist da auch noch gewesen. Äh, guck mal hier. Dark, 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 dark. Guck mal her. Guck mal die Tür an. Die Tür. Die Tür. Guck mal da. Guck mal. Super. Perfekto, Mundo. Ach, schon wieder irgendein Fertigkeitsgelöse. Ach, das ist... Ey, ich glaub, ich weiß nicht wieder, was das ist hier, oder? War das das mit dem... Oh, guck mal, ich hab hier einen Schlüssel gehabt für das Türchen. Ey, ich hab ne Dings. Ich hab, äh... Ich hab ne Dings, ne... Äh... Ein Brustteil... Ein High-End-Brustteil gekriegt. Das nennt... Das nennt sich scheißegal. Nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Du hast ein Brustteil bekommen, das heißt scheißegal. Ja, guck da. Ach, komm, was? Warte. Scheißegal. Nimm, nimm, dat hat, dat hat, äh, Schrontenflinten, äh, Spezialisierung. Hä, na, aber echt. Wie geil. Brustteil war das, warte. Hm? Jo, Bro, geil. Oh, danke. Scheißegal. Einfach mal scheißegal. Es ist so geil. Scheißegal. Es heißt ein Rüstungsteil, scheißegal. Das darfst du auch niemandem erzählen, Mann, ey. Ich guck mal, also, weiß ich nicht. Bitteschön. Danke dir. Scheißegal. Wey. Oh mein Gott, ey. Was? Äh, Rüstung bei Tötung. Ja, super toll. Naja, immerhin besser als gar nichts, würde ich sagen. Äh, ja, gut, okay. Gut, 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 gut. Was? Wo hast du dir jetzt die Tür aufgemacht? Achso, ja, jetzt gehen wir einmal im Kreis. Das ist, äh, super motiv, glaub ich. Äh, müssen wir nach oben, ne? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich seh hier gerade was. Warte mal. Hä? Offensichtlich nicht. Oh, okay. Ich dachte, irgendwie hat das Kabel was zu tun mit den... Hier. Läuft das jetzt lang? Äh. Äh, der Wassertruck... ...kannst du unten, 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 unten... ...muss der Wassertruck, äh, gemacht werden? Ja, mach ich. ...kann die Kabel einfach nach. Versuchen Sie es per Hand wieder aufzudrehen. Ah, hier. Ja, da macht's schon. Jo, perfekt. Ja, ist frei. Okay, dann weiß ich, komm, der könnte noch auf dem Dach sein. Okay. Hoppala, jetzt schon mal die Gung. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Wo? Verbrennt alles! Geht auf Nummer sicher! Hä? Warte, nein, hier ist es doch nicht, oder? Ist es oben, oder? Erstmal hier gucken, ob Loot ist. Ja, ja, ich gucke auch mit. Ich habe hier was gefunden. Ich loot einfach mal. Ah, hier ganz hinten in der Ecke. Aaaaaaah. Ich habe wieder nur mit dem Subway. Schade, ich habe keinen Schlüssel mehr von den Cleaners. Schade. Ah, ich auch nicht. Schade. Naja. Okay. Ah, okay. Hier noch was denn, ey. Hier ist jetzt auch nichts mehr. auch nicht. Äh, ich habe hier sonst nichts mehr. Seh ich nicht mehr. Ah, hier, 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 hier. Oh, oh. Strom Munition oder Elektro, was auch immer. Kann man nicht schocken, schocken. Schock Munition oder auch Schock Munition. Strom Munition. Ich glaube ich auch Strom Munition. Oh Gott. Oh Gott. Ah, warum ist das mal weg bei mir? Mann ey. Was soll denn das? Oh. Oh. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Oh, unbekannte Helligkeit entdeckt. Oh, scheiße. Ich warte auf dein Signal. Okay. Okay. Wir beide werfen gleichzeitig. Ach so. Äh, ja, okay. Hau rein. Eins. Zwei. Drei. Los. Was. Was. Denkst du einfach alles. Ich weiß nicht. Was. Das ist passiert. Oh, das ist passiert. Oh, das ist passiert. Oh, tu. Oh, oh. Was. 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 Okay, der war platt Schönes Ding Nice Da läuft der kacken Kreis in deine Richtung Oh, okay, gut Hier ist ein Echo Vielleicht hilft das weiter Irgendwo? Ich weiß noch nicht wo Ja, okay Ach da Äh, Levy Ja? Komm mal kurz bitte Ja, ja, ich bin offenweg Ich arbeite dran Äh, ja Lass mich eben kurz hier noch die Einsammeln Ja, wo bist du denn? Ja Da ist keiner bei mir Sorry Da ist keiner bei mir Der liegt, hier liegen welche Da, hier, da, hier Hier liegt der Dude Da Und hier liegen zwei Also Also Leute Leute Ich werde die Folge jetzt mal beenden Weil wir haben ja auch schon fast Folgen Wir haben sowieso fast Aufnahmestopp Und ich will dem Ledi nämlich auch mal eben kurz das Bild zeigen Also ein Bild schicken Und das zeigen Ich muss dann ein bisschen auf unserer Zeit achten Wegen Aufnahmezeit und alles Äh Genau Versteht ihr von selbst, ne? So, dann, ja Würde ich sagen Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben Ja, bis zur nächsten Folge Ciao, ciao Ciao